Was geht bei Matthias Höhn, 24, ab? Eigentlich versorgt der ehemalige Berlin, Tag, Nacht, Star seine 349.000 Follower täglich mit neuem Social-Media-Content. Hier ein Beitrag, da eine Story, die Community kann sich für gewöhnlich auf ihre tägliche Portion Matze verlassen. Allem Anschein nach müssen die Fans nun jedoch vorerst auf Impressionen seines alltäglichen Lebens verzichten, all seine Postings sind mit einem Schlag verschwunden. Dieses Verhalten dürfte für Verwunderung sorgen. Seit Donnerstag weist Matzes Instagram-Profil keinen einzigen Post mehr auf. Nur in seiner Story taucht der 24-Jährige noch ein letztes Mal auf und verkündet große Neuigkeiten, er wolle sich einer Schönheitsoperation unterziehen. Diese Sequenzen werden die letzten sein, die ihr mit diesem Gesichter seht. Ich bin aufgeregt, bin nervös, aber ich habe meine Entscheidung getroffen, teilt mit und beteuert, wir sehen uns schnellstmöglich hier wieder, versprochen. Das Löschen seiner Beiträge dürfte also mit der geplanten OP zusammenhängen. Aber warum will sich der Webstar überhaupt unters Messer legen? Ich bin einfach unzufrieden mit mir selbst, mit meinem Gesicht. Ich will einfach eine Veränderung, erklärt Matze in einem aktuellen YouTube-Video an der Seite seiner Freundin Jene Ferelli. Tipps für Promiflash Einfach e-Mail an Tipps at Promiflash.de MÜZİK 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020